Frau Kiesbach hat das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wenn man mit den Flüchtlingen aus Libyen, Nigeria, Togo oder Ghana, da kommen die eben auch her, spricht, dann erklären diese, wir wollten unser Land nicht verlassen, uns ging es dort gut. Auch sagen sie, wir wollten in Italien arbeiten, man ließ uns nicht, man wies uns hinaus. Eines muss man sich bei dem Thema vor Augen führen, die libyschen Flüchtlinge haben ihr Schicksal nicht gewollt. Man kann nun den NATO-Militäreinsatz 2011 in Libyen und vor allem dessen Motivationslage beurteilen, wie man mag. Die Folgen für die Bevölkerung sind erheblich. Das Land befindet sich noch im Aufbau. Im Juli letzten Jahres wurde ein allgemeiner Nationalkongress gewählt. Teile des Landes sollen noch unter der Gewalt von Milizen sein. Das Auswärtige Amt hat Libyen für Touristen als Gefahrenland deklariert. Insofern kann man sich darüber streiten, ob eine Abschiebung im humanitären Sinne dahin akzeptabel wäre. Italien nun hat die Flüchtlinge aus Libyen aufgenommen. Auch hat Italien den Flüchtlingen nicht nur ein Aufenthaltsrecht gewährt, sondern wie wir hörten und lasen auch sogenannten Fremdpässe ausgehändigt, mit denen sie sich im gesamten Schengener Raum aufhalten können. Die Flüchtlinge berichten, dass sie in Italien in temporären Unterbringungen untergebracht waren, bis diese einfach geschlossen wurden. Sie bekamen 500 Euro in die Hand und wurden in den Norden geschickt. Letzteres dementiert die italienische Regierung aktuell. Wenn hier aber tatsächlich eine Weiterleitung der Flüchtlinge im Schengener Raum erster Güte betrieben worden ist von Italien, dann ist das ein Skandal. Um die Worte Herrn von Fomizilis zu wiederholen. Nach dem Dablima-Abkommen ist bekanntlich der Mitgliedstaat, der die Aufenthaltserlaubnis erteilt hat, für die Prüfung des Asylantrags zuständig. Etwa 250 afrikanische Flüchtlinge sollen im Februar, wir hörten es, nach Hamburg gekommen sein und fanden im Winternotprogramm ein Dach über dem Kopf. Seitdem das Winternotprogramm am 15. April seine Tore geschlossen hat, leben sie auf der Straße. Viele wurden aufgrund der schlechten Witterung krank. An dieser Stelle muss grundsätzlich festgestellt werden, Dubliner Abkommen schenken Italien hin oder her. Die Flüchtlinge dürfen nicht zum Spielball der Politik werden. Mit den Flüchtlingen kam die Not nach Hamburg und damit ist es nicht nur die Not der Flüchtlinge, sondern auch Hamburgs Not. Was völlig verwunderlich ist, ist der Umstand, dass der Senat, Frau Möller hat es eben benannt, und vor zwei Wochen in einer Antwort auf meine kleine Anfrage behauptet hat, ihm legen keine konkreten Erkenntnisse von einer starken Häufung von Personen, die im Innenstadtbereich übernachten, vor. Das legt nun wirklich die Vermutung nahe, dass der Senat solchen Zuständen mit dem Motto begegnet, Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Da müssten offenbar die afrikanischen Flüchtlinge aus lauter Verzweiflung an der Kurt-Schumacher-Allee ein Zelt aufbauen und das Rathaus stürmen, ehe der Senat sich regt. Das ist absolut inakzeptabel. Es kann nicht sein, dass der NDR am 7. Mai eine große Gruppe afrikanischer Flüchtlinge findet, interviewt, detailliert berichtet und der Senat eine Woche später erklärt, er weiß von nichts. Wir leben in einem Industrieland, in dem kein Mensch auf der Straße leben muss. Inzwischen halten die Afrikaner mit Unterstützung des Vereins Karawane eine ständige Mahnwache am Hauptbahnhof. Die Kirche bemüht sich offenbar um Hilfe. Wir wissen, dass es derzeit mit den Plätzen der öffentlichen Unterbringung sehr schlecht bestellt ist. Das muss ich an dieser Stelle auch sagen. Da stimme ich mit Ihnen, Frau Möller, nicht überein. Die Themen haben sehr wohl miteinander zu tun. Der Senat derzeit steht bekanntlich mit der Suche nach Flächen für die Unterbringung für die Hamburger Zuwanderer und Obdachlosen vor einer sehr großen Herausforderung. Laut Hamburg-Journal vom 23. Mai sind alle öffentlichen Wohnunterkünfte belegt. Es soll lange Wartelisten von Obdachlosen Menschen geben. Trotzdem ist dies kein Grund, die Augen zu verschließen, wenn sich eine Gruppe notleidender Menschen vor der eigenen Tür aufhält. Und es reicht eben nicht, die Menschen auf Italien zu verweisen und ihnen ein Bahnticket spendieren zu wollen. Nein, Senator Schiele, suchen Sie gemeinsam mit den Flüchtlingsverbänden der Kirche und anderen Verbänden nach Möglichkeiten, die afrikanischen Flüchtlinge über einen vorübergehenden Notbehelf unterzubringen. Gehen Sie ins Gespräch mit den Bundesbehörden und den italienischen Behörden darüber, in welcher Weise die Rückkehr dieser Flüchtlinge nach Italien zu organisieren ist und wie Sorge getragen werden kann, dass sie in Italien auch menschenwürdig unterkommen. Handeln Sie jetzt! Danke für Ihre Aufmerksamkeit!